Ja, servus Christian, moin moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Ja, ihr seht es schon im Hintergrund, heute ist Öl dran. Die Nachfrage kam jetzt schon des Öfteren, was hältst du vom Öl? Könnte da eine Trendwende stattgefunden haben? Welche Ölaktien gibt es eigentlich? Ja, von daher, wir schauen uns heute an, neben dem Ölpreis, das hatte ich schon lange nicht mehr, zumindest offiziell auf YouTube, nicht mehr vorgestellt. Und wir schauen uns daher einmal WTI-Öl an, dann gucken wir uns Brent-Öl an und dann gehen wir rüber zu den Aktien und zwar, wir haben auf dem Schirm British Petroleum, ExxonMobil, Shell, Frontline als Tanker, Öltankerunternehmen aus Norwegen und den günstigsten Ölproduzenten von Kanada und das ist Saturn Oil und Gas. Also seid gespannt und ganz, ganz wichtig, das sind keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen, sondern einfach meine Meinungen, ich bin zum Beispiel, das möchte ich auch ganz klar sagen, bei Exxon investiert, ich habe Frontline-Aktien und ich habe auch letzte Woche wieder Saturn Oil-Aktien bei 11 kanadischen Dollar-Cent gekauft. Also von daher, bildet euch eure eigene Meinung, das, was ich euch hier liefere, ist meine Meinung, meine Sichtweise und deswegen habe ich das gekauft. Ja, weil ich traue meinem System, ihr müsst eures haben, aber dennoch werde ich oft gefragt, was machst du jetzt aktuell oder was kaufst du gegebenenfalls auch in Depots deiner Kunden mit ein über den Vermögensverwalter. Okay, also rüber an den Chart, Fragen bitte unten drunter und Kommentare natürlich auch und dann versuche ich die immer, wie ihr es kennt, zeitnah zu beantworten, innerhalb von 24 Stunden. Also, los geht's! So, hier seht ihr den Öl-Chart und zwar von der Sorte West Texas Oil, das heißt, es ist eine nordamerikanische Ölsorte, die wir uns hier gerade anschauen. Wir springen gleich rüber, denn es gibt ja hier eine Besonderheit. Die letzte große Analyse zu WTI-Öl hatte ich ja im Juni letzten Jahres gemacht, 2019. Da befand sich der Kurs noch hier unten. Als Trade damals hatte ich vorgestellt, wir sollten nochmal hochlaufen auf 66, vielleicht sogar 72. Zielbereich des Trades war 64 Dollar und dann entsprechend die Gewinnmitnahme. Das ist abgearbeitet worden hier mit dem Hoch bei 65, 66 und danach kam ein starker Abverkauf. Dass der dann so drastisch ausfällt, schaut euch das Video an, geht glaube ich nur sieben Minuten. Hat irgendwie keinen interessiert, aber jetzt kam halt wieder die Nachfrage, macht doch mal wieder was zu Öl. Von daher mache ich jetzt auch was zu Öl und stelle euch natürlich entsprechend auch noch ein paar Aktien vor, die ich halt spannend finde, denn übergeordnet könnte halt hier tatsächlich ein Trendwechsel stattgefunden haben. Wir springen jetzt rüber zur Sorte Brent, weil eigentlich hat es diesen Schad ja zerschossen. Das war halt die Anomalie, dass Öl im April, 20. April war das Tief 2020, also in diesem Jahr. Und die Besonderheit war ja letztendlich gewesen, dass einige sich eingedeckt hatten bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dollar oder 9 Dollar und dachten, Öl kann nicht negativ werden. Sie hatten aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, beziehungsweise ohne die Raffinerien, die komplett ausgebucht waren und ihre Lager voll hatten. Aber auch die Tanker waren komplett voll von den Großspekulanten, die auf steigende Preise beziehungsweise Arbitragegeschäft gesetzt haben. Die haben sich schon bei 10, 12 Dollar die Tanker gleich für sechs Monate gesichert. Weil man sich das Öl für 12 Dollar kaufen konnte und sechs Monate später für über 30 Dollar wieder verkaufen konnte. Und abzüglich der Marge für die Tankermiete war das natürlich ein lohnendes Geschäft. Nur dann gab es keine Lagerkapazitäten mehr. Und einige Trader wussten nicht, dass man eine Abnahmeverpflichtung hat, entsprechend bei den Futures, die sie gehandelt hatten und guckten dann in die Röhre und das Tief wurde dann bei unter 40 US-Dollar, also minus 40 Dollar, ausgebildet. Und daher ist der Chart normalerweise zerschossen. Ich betrachte das jetzt als Anomalie. Nichtsdestoweniger gehen wir rüber zur Sorte Brent, weil die wurde nicht so stark abverkauft. Ja, auch sie wurde abverkauft, aber das Tief, wenn wir uns das einmal anschauen, war auch zum 20. April, aber entsprechend bei 15,98 Dollar. Also knapp 16 Dollar. So, übergeordnet. Was hat stattgefunden? Also schaut euch das alte Video an. Da bin ich auf die harmonischen Verhältnisse eingegangen und will ich heute nicht machen. Also es könnte hier übergeordnet eine A, B, C, D, E und mit diesem Abverkauf letztendlich diese komplette Korrekturphase zu Ende gegangen sein. Und zwar am 20. April 2020, hier im Hoch 98, 12 verdammt lange Jahre. Tja, was passiert jetzt? Wenn wir uns dieses Formationsmuster angucken, könnte, ja, hätte, könnte, sollte, was auch immer, könnte diese Formation 98 begonnen haben und mit diesem Hochlauf 2008, also knappe 10 Jahre, ist hier was zu Ende gegangen. War es eine 1? War es eine A? Und aus. Ist irrelevant, denn hier sehen wir A, B, C, D, E, dass auch hier was zu Ende gegangen sein dürfte. Ist es die 2? Ist es eine B? Wer weiß. Aber egal, ob das jetzt eine 1, 2 oder eine A, B und gegebenenfalls der Hochlauf eine C ist. Zielbereich wäre, und jetzt haltet euch fest, wir stehen jetzt gerade bei 44,96 Dollar, dass in den nächsten 10 Jahren auch wieder neue Hochs erreicht werden können. 194. Wie passt das jetzt mit dieser ganzen Klimawandel und angeblichen Erderwärmungsgeschichte zusammen? Wenn ihr auf dem Mainstream hört, überhaupt nicht. Wenn ihr euch außerhalb des Mainstreams bewegt und auch mal hinterfragt und wer auf meinen Seminaren gewesen ist, denen ist das auch vorbehalten. Es gibt bestimmte Zyklen, es gibt Sonnenzyklen. Wenn man die berücksichtigt, gibt es immer ein Auf und Ab. In den 70er Jahren hat man die Menschen davor gewarnt vor der neuen Eiszeit. Und jetzt warnt man die Menschen eigentlich, seitdem die Eiszeit dann doch nicht eingetreten ist, es wieder wärmer geworden ist, warnt man die Menschen jetzt seit über 20 Jahren. Es gibt eine neue Hitzeperiode und dies alles Menschen gemacht. Das ist soweit im Mainstream. Wer das toll findet, gut, der hat vielleicht an der Börse nichts zu suchen, denn wir suchen immer nach Opportunitäten. Also es gibt einen Zyklus, einen Sonnenzyklus und der hat entsprechend Auswirkungen auch auf die Börse. Und wenn man das ein bisschen nicht so engstirnig betrachtet, sondern einen offenen Geist dafür hat, dann ist das gar nicht so unrealistisch, dass der Ölpreis nochmal auf 154 US-Dollar hochgeht. Warum? Tja, vielleicht sagt ja Biden, Fracking wird komplett abgeschafft und dann wird aus dieser Exportnation USA wieder ein Konsument. Vielleicht gibt es in den nächsten Jahren einen großen Krieg, um halt von diesen ganzen inpolitischen Verwerfungen, die gerade stattfinden, abzulenken. Vielleicht gibt es auch ein Blackswan-Ereignis, ja, schwarzes Schwan, hatte ich schon einmal vorgestellt, möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, auch eine Naturkatastrophe. Wir wissen es aktuell noch nicht, reine Spekulation. Nur, wer hätte gedacht, ich habe mal gelernt in der Schule, Öl ist bei 10 Dollar, also im Studium, nicht in der Schule, im Studium gelernt, 10 Dollar ist für alle Parteien der Ölpreis auskömmlich kalkuliert. Ja, das Öl kommt in Saudi-Arabien, Iran, ja, fast gratis aus der Erde raus. Von daher, man muss niemanden bezahlen, außer einmal die Fördertörungen zu errichten. Und die haben sich natürlich, die Saudis und so weiter, die haben sich natürlich darauf ausgeruht und brauchen natürlich einen hohen Preis. Und da gibt es natürlich noch ein paar geopolitische Hintergründe. Aber, wenn wir uns das angucken, wer konnte damals erahnen, dass Öl mal über 10 Dollar steigt, ja, in den 70er Jahren und so weiter. Und wer konnte damals erahnen, dass Öl bei 35 nicht schon das hochgesehen hat, sondern dass es nochmal auf über 140 US-Dollar hochgeht? Wahrscheinlich niemand. Es hätte aber auch niemand gedacht, dass Öl mal negativ werden könnte und dass es keiner haben will. So, von daher, wir müssen immer offen sein. Und wenn dieser Zyklus 10 Jahre gedauert hat, dieser hat 12 Jahre gedauert, könnte es die nächsten 10 Jahre tatsächlich so weit kommen, dass wir auf 153 und nach den Elliott-Wellen tatsächlich sogar die Chance hätten, auf über 200 Dollar zu gehen. Und zwar genau genommen 239 Dollar bei der Sorte Brenntöl. Und zwar, woher gibt sich diese Zielbereiche heraus? Also, A, B, C und eine 1, 2, 3 haben dieselben Zielbereiche. Ja, und in der Ausdehnung wäre sogar die 200, knapp 240 US-Dollar möglich. Aber selbst 154 US-Dollar ist aus heutiger Sicht bei 45 Dollar. Unglaublich. Das glaubt dir kein Mensch. Also, wir bleiben unter uns hier auf dem Kanal, empfehlt das auch nicht weiter, weil wir wollen ja die Rendite für uns einstecken. Gut, soweit zu Öl. Wenn jetzt tatsächlich Öl so weit steigen kann, klar, wir müssen hier über diesen Trend müssen wir noch ausbrechen. Wir sind hier im Monatschart, nicht? Und hier gibt es auch nochmal eine massive Widerstandslinie. Nur, wenn hier eine 1, 2 und dann gegebenenfalls eine 3, 4, 5 läuft, um dann hier im Hochlauf eine Welle 1 abzuschließen, dann würde es mich nicht wundern, hier ein paar, nochmal einen Rücklauf, um dann hier durchzustarten. Wir gucken uns jetzt aber auch ein paar Aktien an, die natürlich entsprechend auch gelitten haben. Wir gehen rüber zu British Petroleum. Leider gibt es hier den Chart der Londoner Börse nicht ganz so lang. Was ich aber euch zeigen möchte bei British Petroleum und die haben Rendite, zumindest in London, vorab zu Brokerkosten und so weiter von 6,4 Prozent. Schaut euch das mal an. Ja, RSI. Hier ist ein Tief. Hier das Tief. Und dann sehen wir hier ein neues langfristiges, tieferes Tief. In der Woche vom 26. Oktober ausgebildet. Aber RSI zum Beispiel macht es nicht mehr mit. Das heißt, wir haben hier eine starke Tiefergänz auf Wochenbasis. Dann habe ich hier nochmal meinen Elliot-Wellen-Ostillator mit bei. Auch der sagt, hier könnte eine 3 zu Ende gegangen sein. Aufwärtsbewegung, A, B, C, 4 und hier der runterlaufende Welle 5 würde das ebenfalls bestätigen. Das schließt hier nicht aus, dass vielleicht doch nochmal ein Runterlauf kommt. Aber 6,4 Prozent. Kann ich mir das vorstellen, nochmal auszusitzen und ein Risiko einzugehen, vielleicht, dass der Kurs nochmal um 30 Prozent zurückgeht? Klar, ich glaube nicht, dass das britische Petroleum pleite gehen wird. Dafür verdient sie auch noch Geld. Wir gucken uns jetzt an Exxon. Exxon Mobile. Auch hier, blendet mal hier die Zahlen aus, die ihr hier seht. Auch hier, wieder eine Divergenz. Das heißt, hier könnte tatsächlich eine Korrekturphase zu Ende gegangen sein. Und zwar eine sehr, sehr lange Korrektur. Und wenn wir uns das übergeordnet im Schadbild angucken, bei Exxon Mobile, eine 4, 5 beendet. Die 5 beendet die Welle 3. War auch eine sehr lange. Und es ist nicht unüblich, dass im Rohstoffsektor die 5 die längste ist. Das würde hier passen von 2002 bis hoch zum Mai 2008, 3 und dann die übergeordnete A, B, C. Das heißt, auch eine Exxon Mobile würde dann in den nächsten 3, 4 Jahren es sogar schaffen, wieder hochzulaufen und neue hochzumachen. Das sind vom aktuellen Standpunkt aus Kurs für Dreifachung und das bei einer Dividendenrendite von aktuell 9,4%. Es kann sein, dass die natürlich nochmal gekürzt wird in den nächsten 1, 2 Jahren, weil man sich umorientieren muss. Man hat aber zumindest ein ganz klares Chancen- und Risikoprofil, weil man sich hier unten absichern kann. Auf dem 29. Oktober-Tief, da kann man sich absichern, einen Stop-Loss einbauen und würde hier entsprechend long gehen. In dem Fall machen wir das einmal. Was ist das für ein Chancen- und Risikoprofil? Wir sichern uns hier unten ab. Hochlauf auf 72. Und zwar, wo sind wir hier? Sind wir an der US-Dollar. Hätte man Chancen- und Risiko-Verhältnis von 4,27 zu 1 auf Sicht. Na ja, schaut sie, auf Sicht der nächsten paar Monate sogar. Klar, müssen wir hier drüber kommen, aber wir hätten eine Absicherung auch in Form von einer recht hohen Dividende hier bei Exxon. Dann, wer profitiert noch? Frontline. Frontline, wer ist das? Na ja, das waren die Jungs, da wo die Tanker, das ist die größte Tankerflotte und die neueste Tankerflotte bei den Norwegern. Die transportieren halt das Öl weltweit von A nach B. Also da, wo es produziert wird, dorthin, wo es gebraucht wird. Also zu den Raffinerien. Und Frontline profitiert natürlich dann aufgrund der Nachfrage und haben natürlich dreieckig verdient in der Zeit von im April, Mai, wo die Kapazitäten eng waren und die Großspekulanten, die Tanker gemietet haben, Frontline war einer davon, die davon profitiert haben. Also die haben in dem einen Quartal, also im zweiten Quartal so viel verdient, wie die zwei kompletten Bilanzjahre zuvor. Das heißt, hier kann ich mir schon vorstellen, dass eine Frontline wieder hier hochläuft. Ja, in dem Bereich, in diesem rot markierten Bereich. Wäre vom aktuellen Stand eine knappe Verdopplung. Hier gibt es aber einen Interessenkonflikt. Die habe ich im Portfolio drin. Und zwar auch auf Basis, dass die eine richtig geile Diviländer ausschütten. Und zwar von 24,5% per annum. Aktuell. Ja, klar, die haben auch eine hohe Schuldenquote, weil so Tanker sind natürlich entsprechend teuer. Nichtsdestoweniger finde ich die schon spannend. Ist aber keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Dann schauen wir uns an Saturn, Oil und Gas. Das Unternehmen finde ich spannend, denn das ist der günstigste Ölproduzent von ganz Kanada. Ist nur ein kleiner Nischenanbieter, aber hat sich sehr wacker geschlagen. Wir können, also Saturn, Oil und Gas, ein kleines Team, schlagkräftiges Team, haben sehr geringe Kosten, wenn sie bohren. Letztes Jahr wurden sie ausgezeichnet als günstigster Ölproduzent. Und aktuell sind ja viele Erdölunternehmen, die haben sich ja dann bei den hohen Ölpreisen, bei 100 Dollar und mehr, massiv verschuldet und die Wettbewerber übernommen, weil sie dachten, naja, der Ölpreis ist ja bei 100 Dollar, jetzt geht er wieder auf 150, 160 hoch. Tja, und dann kam der Abverkauf. Und die sind alle stehen K.O. und Saturn, Oil haben jetzt ein neues Vorstandsmitglied, was damals millionenschwere, bis zu einer halben Milliardenschwere Übernahmen gemacht hat im Erdölsektor. Und der ist jetzt dort eingestiegen ins Beratergremium. Und wenn man so einen hat, schaut euch da bitte mal die News an, kann man sich vorstellen und eins zu eins zusammenzählen, die planen irgendwas. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass die Saturn Oil einen Wettbewerber übernimmt. Ja, oder zumindest nicht übernimmt, sondern Assets abkauft. Weil warum holt man sich sonst so einen Kondens rein? Oder warum steigt der ein? Ja, die sind ja eigentlich alle satt. Die haben Multimillionen auf dem Konto. Warum machen die das jetzt nochmal? Ja, weil die sagen, jetzt sind die Opportunitäten gut, die anderen sind im Stress. Und dann kaufen, kann ich mir vorstellen, dass die sich jetzt Ölfelder aufkaufen, zu dem günstigen Preis, der aktuell auf dem Markt ist. Und jetzt gucken wir mal an, Saturn Oil, die haben sie sogar ganz gut geschlagen, wenn man die sich auf Jahressicht anguckt. Packen wir doch mal hier Royal Dutch das zu, oder British Petroleum. Eigentlich die Großen haben sich alle identisch entwickelt. Wenn ihr euch das mal anschaut, auf Jahressichtvergleich, ja, hat Saturn Oil die outperformed. Im Runterlauf waren sie relativ gleich. Dann hat aber Saturn Oil sie wieder outperformed. Das heißt, das Tief, was sie unten in der BP oder Exxon gemacht haben, oder eine Shell, hat Saturn gar nicht mehr mitgemacht. Die hatten ein höheres Tief. Und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt in den kommenden Tagen, beziehungsweise in den kommenden drei, vier Monaten hier entsprechend ausbrechen werden. Ihr müsst aber, das ist ein kleiner, marktenger Wert, also da gehen sicherlich über 100.000 Aktien am Tag um, aber ihr müsst, wenn ihr so eine Aktie kauft, immer mit Limit reingeht. Wir sind hier in Toronto. Das sind 12 Cent. Das heißt, in Deutschland durch 1,6 dürfte sie so wie, naja, was dürften die dann sein? Bei 8 Cent. Müsst ihr gucken, immer mit Limit sowas kaufen. Und dann aber auch keine Unmengen. Also jetzt nicht eine Million Aktien kaufen für 80.000 Euro. Aber als Beimischung 1.000 oder 2.000, so eine Aktie, ja, aber nur mit Limit. Ja, sonst kaufst du den Markt hoch oder hast du eine Marktbeeinflussung. Genau. Und jetzt schauen wir uns noch. So, die hat man noch nicht, ne? Royal Dutch Shell. Auch eine Royal Dutch. Die hat aber nur eine 4% Dividende. Dennoch bietet sie meines Erachtens, wenn man hier das anschaut, ja, übergeordnet 2012. Und die unten tatsächlich was beendet. Das heißt, die hat hier erstmal 70% Kursverlust hingelegt. und zwar innerhalb von 2 Jahren. 70%. Da hat keiner, keiner der Investoren kann das noch irgendwie begründen. Die haben alle keinen Bock mehr auf die Aktien. Das heißt, die ist sowas von ausgebummt. Und das sieht man hier an diesen Spikes. Typisch für eine Welle 3. Das ist hier letztendlich der Abverkauf. Dann kommt die erste Hoffnung. Ja, hier in der Welle 4. Das ist jetzt so durchstarten. Und dann kommt nochmal ein tieferes Tief. Und damit ist das Finale drin. Schaut mal hier. Auch wenn die Umsätze noch gering sind, gab es jetzt nur noch Zugkäufe. Ja, in dem Segment. Und zwar in den letzten Monaten. Seit Oktober. Das heißt, hier positionieren sich große Adressen. Gerade im Erdölsektor. Und gehen hier wieder Long-Position rein. Wahrscheinlich aus anderen Märkten, aus Tech. Gehen sie raus und positionieren sich jetzt hier im Erdölsektor. Und langfristig. Das heißt, wenn hier eine ABC zu Ende ist, ist hier übergeordnet, eine Struktur zu Ende. Das würde aber auch bedeuten, dass wir neue Allzeithoch sehen werden. Neue Allzeithoch vom aktuellen Stand wäre Anstieg von 126%. Und das bei einem Schwergewicht. Ja, 93 Milliarden. 126%. Da sind wir irgendwas bei 230 Milliarden. Marktwert. In dem Fall Pfund. Das war es auch schon wieder hier von der Front. Und diesmal von den Ölwerten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, natürlich abonnieren, Glocke anmachen, damit ihr rechtzeitig informiert seid. Ich labere euch nicht zu. In der Regel versuche ich es immer relativ zügig und komprimiert hinzubekommen. Und ja, einmal die Woche gibt es immer ein Update zu welchem Markt auch immer. Gold, Silber, Erdöl, jetzt immer wieder seit Langem. Bitcoin sowieso, Ethereum hat man jetzt erst gehabt. Das heißt, es gibt immer so rollierend, was gerade so spannend ist. Also von daher Daumen hoch und ich melde mich ab. hat man das 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 Das